Hallo hier aus dem sonnigen Aulendorf, mein Name ist Felix und ich darf euch heute den neuen Malibu i450 RB LE auf dem neuen Mercedes-Benz Sprinter vorstellen. Wie ihr seht, baut Malibu dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter in Verbindung mit einem Alco-Chassis auf. Zum einen erhoffen wir uns dadurch eine noch größere Auswahl für unsere Kunden, zum anderen natürlich für den Kunden dann einen noch höheren Fahrkomfort durch das Alco-Chassis, durch die Einzelradaufhängung und natürlich auch bei Mercedes, sogar bei den integrierten Modellen haben wir Fahrassistenzsysteme im Angebot. Der Contris 450 RB LE zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Länge von ungefähr 7 Metern hat und trotzdem die Komfortmorgmale wie ein Raumbad oder eine große Winkelküche in diesem Fahrzeug integriert und das bei der Möglichkeit unter 3,5 Tonnen oder über 3,5 Tonnen für die, die nicht die Führerschein-Problematik haben. Von außen ähnelt der 450 RB LE ganz stark unseren bisherigen Modellen und hat natürlich auch die klassischen Malibu-Mehrwerte immer in jedem Fahrzeug verpackt. Zum einen sehen wir hier einen der vielen Außenstauräume in unserem Doppelboden. Das heißt, wir haben einen großen Doppelboden im gesamten Fahrzeug, wo wir viel Stauraum realisiert haben. Der große Vorteil, wir können hier Gepäck von außen einladen, um dieses dann von innen mit einem Innenzugang zu entnehmen. Ebenfalls haben wir beim Malibu I450 RB LE eine riesige Rollergarage. Auch hier haben wir eine Innenhöhe von 1,20 Meter, sodass wir ausreichend Platz für großes und sperriges Gepäck haben. Die Besonderheit, durch das Alco-Chassis können wir hier eine Zuladung von bis zu 350 kg in der Rollergarage realisieren. Ein letztes Highlight ist dann noch das neue Heckdesign. Unser neues Dynamic Design Heck erstrahlt in voller Pracht und schließt sich komplett in das neue Fahrzeugdesign ein. Beim Mercedes sehen wir zusätzlich in der Mitte platziert den Mercedes-Stern, sodass auch hier das Chassis und die Premium-Qualität im Vordergrund steht. Kommen wir nun zum Interieur dieses Fahrzeugs. Zunächst fällt als allererstes auf, der große Smart-LED-TV hier im Kombischrank platziert. Dieser kann bei Benutzung ganz einfach herausgedreht werden, sodass ich hier einen großen 32 Zoll Bildschirm habe und ganz bequem von der Wohnsitzgruppe von den Fahrerhaussitzen hier das TV-Erlebnis genießen kann. Aber jetzt schauen wir mal ins Fahrerhaus. Hier sehen wir nun das neu gestaltete Mercedes-Benz-Fahrerhaus mit dem schönen Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und dem großen 10,2 Zoll MBUX-System. Auch hier haben wir natürlich das Malibu-Fahrerhaus-Sichtkonzept eingebaut, sodass wir hier das nach vorne abgesenkte Armaturenbrett haben und hierdurch eine noch bessere Sicht auf die Straße nach nur 3,77 Meter beim Mercedes-Benz Sprinter gewährleisten können. Wie bei allen Malibu-Reisemobilen haben wir auch in diesem Grundriss eine sehr große L-Wohnsitzgruppe integriert, bei der wir Platz für bis zu 5 Personen finden und auch hier das besondere Highlight der 360-Grad drehbare und verschiebbare Wohnraumtisch, sodass jeder immer seinen perfekten Platz am Tisch findet. Kommen wir nun ein Stückchen weiter nach hinten ins Fahrzeug und sehen nun die große Komfort-Winkelküche. Auch in diesem Fahrzeug, wie gesagt, bei einer Gesamtlänge von rund 7 Metern Länge, konnten wir eine große Winkelküche integrieren. Diese glänzt vor allem durch einen Dreiflammenkocher, durch unsere große bündige Arbeitsfläche. Diese wird noch zusätzlich erweitert durch die Einhängeleiste und den großen Küchentresen, welcher in diesem Grundriss noch mehr Platz bietet. Die großen Dachstauschränke in der Stilwelt Bellagio finden auch hier ebenfalls ihren Platz und auch die Kaffeemaschine hat ihren vorgesehenen Platz. Auch beim Stauraum lassen wir hier keine Wünsche offen. Wir haben sechs große Schubkästen mit Besteckeinsatz und sogar einen zusätzlichen Abfallbehälter. Gegenüberliegend finden wir unseren großen 133 Liter Absauberkühlschrank, welcher von beiden Seiten bequem öffnenbar ist und ich somit immer den perfekten Zugriff zum Kühlschrank habe. Ebenfalls integriert ein großes Gefrierfach. Okay, gehen wir nun im Fahrzeug einen Schritt nach hinten und kommen nun zum absoluten Highlight. Wie in dieser Klasse nicht üblich, haben wir hier nämlich ein großes Komfort-Raumbad geschaffen, anstelle eines oftmals verbauten Kombibades. Das heißt, wir haben nicht Waschraum und Dusche in einem Raum, sondern haben den Waschraum und gegenüberliegend dann eine große Dusche. Absolutes Highlight natürlich unser bekanntes Umkleidezimmer. Hier sehen wir nun unser Komfort-Raumbad bei diesem Grundriss. Auf dieser Seite die große Dusche mit Handtuchstange in der Dachluke und ausreichend Platz. Den Boden haben wir mit einer Duscheinlage noch perfekt in den Wohnraum integriert, sodass der Übergang hier eben vorhanden ist. Wie wir sehen, haben wir hier ausreichend Platz zum Duschen. Gegenüberliegend sehen wir dann unseren neuen gestalteten Waschraum mit großem Stauschrank, mit einem großen Wandspiegel und natürlich auch ganz neu das Design-Waschbecken in aufgesetzter Optik. Nun sind wir im Heckbereich des Fahrzeugs angekommen. Hier sehen wir unsere großen Längseinzelbetten mit einer Liegelänge von bis zu 2 Metern. Also auch für große Malibu-Fahrer kein Problem, hier sich sehr gut zu erholen. Apropos erholen, der Schlafkomfort ist auch bei diesem Modell natürlich sehr gut gegeben. Wir haben zum einen die 7-Zonen-Kaltschaummatratze und das komplette Bett ist mit Lattenrost unterfedert und unterlüftet. Im vorderen Bereich des Bettes haben wir auch hier unsere Kleiderschränke untergebracht. Wie man sieht, ist der Kleiderschrank zusätzlich bis in den Doppelboden abgesenkt. Also auch für große und lange Kleidungsstücke kein Problem, diese hier ordentlich aufzuhängen und die liegen dann nicht auf dem Boden herum. Einen zusätzlichen Kleiderschrank finden wir natürlich auch auf der Fahrerseite. Auch hier selbiges Prinzip, der Kleiderschrank ist zusätzlich in den Doppelboden abgesenkt und ermöglicht somit noch mehr Stauraum. Auch im oberen Bereich des Schlafraums haben wir natürlich rundumlaufende Dachstauschränke angebracht, sodass wir hier ausreichend Platz für wirklich jegliches Gepäck haben. Apropos Stauraum, der Malibu ist natürlich für sein durchdachtes Stauraumkonzept bekannt und auch im Grundriss 450 RB LE haben wir dieses selbstverständlich wieder mit integriert. Wie wir hier sehen, hat dieses Fahrzeug rundumlaufend große Dachstauschränke auch im Fahrerhaus. Das heißt, hier ist das serienmäßige Hubbett entfallen. Wer dies natürlich möchte und vier Schlafplätze benötigt, kann dies natürlich serienmäßig auch weiterhin bekommen. Ein weiteres Highlight, wie vorhin bereits angesprochen, ist natürlich unser Doppelbodenstauraum. Dieser hat nicht nur große Außenzugänge, von denen man das Gepäck von außen beladen kann, sondern auch große Innenzugänge, bei denen das Gepäck dann entnommen werden kann, beziehungsweise, wie hier im Wohnraum, große Bodenklappen mit Scharnieren, bei denen hier die Stauraumwanne bequem beladen werden kann und wir noch zusätzlich ausreichend Platz für großes und sparriges Gepäck haben. Durch das Alco-Chassis bei Mercedes kann dieser Stauraum sogar noch tiefer ausgeführt werden. Wie wir nun gesehen haben, bietet der Grundriss i450 RB LE einige Highlights, zusammenfassend die große Winkelküche, ein großes Komfortraumbad und zum Beispiel der 32 Zoll Smart-LED-TV im Wohnraum. Und das bei einer Gesamtlänge von rund sieben Metern Außenlänge. Neben dem hier gezeigten Modell auf Mercedes-Benz Sprinter gibt es den neuen Grundriss i450 RB LE, natürlich auch auf dem altbewährten Fiat Ducato. Es gibt einmal den integrierten und den teilintegrierten und ganz neu in diesem Jahr haben wir die verschiedenen Gewichts- und Ausstattungsvarianten Lightweight 3.5T für alle Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse unter 3,5 Tonnen und für alle, die darüber sein möchten, gibt es dann das Modell ebenfalls als Komfort 4.2T. Ich hoffe, euch hat die kurze Führung gefallen. Wenn euch das Fahrzeug gefällt, schaut es euch gerne auf eine der folgenden Messen an. Ich hoffe, euch hat die kurze Führung gefallen.